willkommen bei malida und zu einer weiteren folge lethal company und ihr seht schon heute ist das germany spiel das erste gegen schottland und ja so tippt die gruppe ich sag 3 0 so dann haben wir jetzt alles geklärt für wen für den gewinner ich glaube ich habe den computer ein bisschen scheiße gestolten dabei und ist dabei ja der dreh ich bin dabei dann ist sie es ist es hätte noch zu erdbeeren wollen wir flashlight oder wollen wir in den händen bei speichern hat er lascht nicht so rumschreien ist er auch der liebe aber du wolltest wissen was man damit machen kann oder was so müssen ich bin auch da ich habe aufnahme auf dem erdbeerfeld auf dem erdbeerfeld auf dem erdbeerfeld ich meine ich muss doch fast rocket haben fast rocket aktiv oder leute wasser jetzt hoch geht runtergegangen aber jetzt nicht daran aber die rocket landet doch jetzt im wasser wir haben mir vier flashlights vier flashlights ich habe zwei hier kommen wir kommen ich habe ich habe ja ja also ich habe eine du aus eines ich habe nur eins ja ich habe aber noch liegen ja ich habe viel gekauft wir müssen wir wissen wir haben schon 9 46 ich glaube ich habe es gerade noch geschafft okay die anderen kommen schon die anderen werden das schon schaffen die man rechts ja ich kenne mal links baby blutraum bei mir ich glaube ich habe maus zu sensitiv eingestellt glaube ich ich habe two sensitive maus warte mal hier geht das doch pass auf die teleporter ja ja ich sehe schon aber hier muss das doch da unten ist loot easter egg ah nein nicht die dinger nicht die dinger auch lood raum ohne loot doch da unten ist irgendwas ach sie ist ein schild ich habe das schild noch ist er ist der kasse bei dir ist auch kein durchgang ne sind die alle zum feier eingestellt gegangen aber zum ei also ganz vergessen so hier ist wirklich nix an loot hier und wenn er nicht stirbt wenn er die explodiert und wenn er so will ich gucken Bist du tot? Ich dachte, du bist tot. So, warte, hier geht's irgendwie weiter. Oh, wo? Oh, oh. Hier ist eine Action, Vater. Über uns? Nee, da. Oh, da ist Root. Hier ist auf jeden Fall Loot. Oh, nice. Hier ist auch noch eine Belle. Hier ist so, ebbe, ebbe, ebbe. So, ist der Himi noch am Start? Wir haben ihn nicht gehört. Habt ihr ihn auch nicht gehört? Nee, nee. Hier drüben ist noch eine Tür, ne? Dann gib mir mal deine Glocke. Ja. Hier, ich hab auch noch schön. Was ist sonst so irgendwas? Ja, sehr gut. So, hat der Stone noch was vielleicht? Vielleicht können wir auch erstmal raus hier ziehen. Stone? Stone? Was? Was? Was ist los? Ob sie? Ja, der Stone kommt. Oh nein. Also, beim Haupteingang haben wir zwei Eier und auch noch Loot. Ja, aber jetzt ist gehorter, glaube ich, vom Mädchen. Hast du alle anderen? Ich hab mein Loot. Ich hab mein Loot. Also, so wie ihr schreit, hab ich keine Motivation, da rumzukommen. Oh, oh, oh. Die Glocke? Ja? Seid ihr noch da? Was? Da ist die Spinne. Stone, der Hammer ist aber, der hat oftmals null Damage, ne? Das ist so ein Zufallshammer, ne? Good luck, Hammer of Destiny. Oh, 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 der Butler, der Butler, der Butler. Oh, oh, oh. Ähm, kann du dir vorbeigehen? Ja, doch, 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 du kannst vorbeigehen. Das ist gut. Ah, er kommt die... Wo sind wir hergekommen, Stone? Äh, ja, aber... Oh, das ist nicht gut. Die Spinne ist bei dir. Ja, hier, hier, zurück. Okay, sind die jetzt gestorben? Ich denke, ja. Also, wir müssen die Lugmann wegbeigen. Ja, pass auf, ich glaube, der Hemi... Die haben den Hemi nicht gehört. Äh, die haben Hemi auch nicht gehört. Ich denke mal, Hemi ist tot. Einfach das. Oh, 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 oh. Hier, hier ist doch, hier ist doch, hier. Ich glaube, hier langweilert, ne? Oh, 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 oh. Oh, da, oh, oh. Oh, thampa. Oh, oh, shh. Ich schraue, ich renn' raus. Holy shit, irgendeiner hat die Eier abholt. Ja, was ist mehr wert? Oh, oh, oh. ist das wasser jetzt weg oder so bienen da unsere biene kommen wir gehen nach hinten und die dinge auch da scheiße ich will das nicht holy shit das hätte ich nicht machen dürfen das sieht jetzt schweißen an dieser karte das sieht richtig gut ok ja 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 ne den haben wir nicht sind wir die einzigsten ja scheiße sind alle anderen tot ja deine frau wurde von der spinne gekillt alter ich bin so rot noch einging und ich werde tot alter ey das ist tot oh god ey wir hatten so viel loot ne wir hatten so viel kleine also die Eier und so weiter alles da die Eier hab ich oh du oh dann tu sie in den Schrank aber ich wollte die nicht in den Schrank packen weil wenn die explodiert werden wäre ich tot gewesen ja ja mach mal ich kann nichts sehen warte kurz ja oh mein Gott ich wäre gestorben oh ich hatte gar nicht drauf geachtet dass da flooded war ne oh zumindest haben wir einer jetzt drin ja hier geht flattet ne weil hinterher wills ja weniger ne also da zählt ja gott sei dank ey aber 80 baboonhawks und ich so neun und ich war doch schon so fast tot ja jetzt gerade lief mir hier noch ein Thampa rum und so weiter und ein äh ne den Thampa hab ich noch gesehen ja als ich bei euch rein bin ich so Juuuungs und dann ist Thampa so Moins ok ok also ich hab noch eine Flash du hast auch noch eine Flashlight ne oder ja ja ok 2 ja das war's aber den Loot haben wir ja schon drin für die erste Quota ja auf Adamantze sind wir richtig sind wir was wolltest du sagen wir sind Profis auf Adamantze? ja genau ja das darf ich mir ja wenn wir was können äh dann Adamantze auf jeden ok oh da ist schon Roboter ja schon wieder stehen heute ja den hab ich ja vorhin auch wir gehen nach Main 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 dich guckt ne 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 also Profis haben das geschafft die Profis ich geh schon mal rein stone ne 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 also da bist du schon blutraum links auf jeden fall mutraum ja ohne lud oder doch da ist doch ein herr brosch aber das war's ich habe sie doch schon irgendwie gehört ist jetzt im hühner team okay so jetzt geht es ja nur geht er nur nach rechts ich will das nicht hier ist der kasse das der große raum ich mag den auch nicht aber es schon lang gelaufen du leiter ludgeier da oben sind aber eben mittelzeilig hier ist nichts drin der lootraum war gerade schon ohne ohne alles ich gehe mal zurück zum großen raum ja guck da mal hemi stone hast du schon mal den loot zum schiff ja aber da sind ja noch drei teile von der tür hier macht das hat er nicht gesagt hat ihr habt einen schlüssel ja das war es wir haben schon verwendet sie hat uns informiert sie haben schlüssel und sofort instant verwendet da hinten ist nämlich doch ein doktor was ist das für ein geräusch hier musst du nicht langen hier musst du nicht langen das ende hier ihr müsst so anders lang hier ist das so ihr wart ihr kam von hier oder was hier geht es auch noch rüber oder ich tschau dieser kasse toll die gleiche die gleiche ja ich habe keine daten macht ich habe mir für 20 ziel wieder mal gucken ging es in die irgendwo lang aber jetzt noch eine tür anlockt nach die hast du gemeint ne da ist noch eine auf anderen seite da scheiße wir bräuchten eigentlich die selbe was ja hier sind wir in den gängen die wir die zum hauptgang führen oder ja trotzdem ja vielleicht irgendwelche wilden türen davon ab oder so ach so da ist er ja und hier lang war es auch nämlich ja und hier war unser kass oder was ach ja dann weiß ich dann bräuchten wir jetzt kies oder was okay ich habe noch eine flaske habe ich noch hier ist ja nichts mehr ich habe ja eine flasche also willst du hier wie hat die jetzt ein bisschen noch ja ich probiere das einfach mal ja okay ohne nun kommt sie wieder zurück also ich frage mich wann die roboter hier loslegen und dann wird wieder ein gebrüll und geschrei wie im krieg Aber er ist jetzt auch erst wieder da, ne? Ja. Heute. Heute ist er angekommen. Genau. Ey, wann werden die Roboter nochmal aktiv? Ja, gleich in 1, denke ich. Ach nee, oh, ist schon 1, 2. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen hier gleich leise sein. Nicht, dass hier auf einmal hier drin alles stirbt. Weil es sieht gerade richtig gut aus, 832, das ist schon richtig nice. Ja, okay, das ist wirklich nice, das stimmt. Aber denk dran, die Baboonhawks können ab jetzt ja auch ins Schiff, ne? Ja. Ja? Auch gefährlich. Ja, die sind bei unserer letzten Aufnahme ist sehr schön so ein Baboonhawk gereiht, wenn eine Dusche vorbei ist. Ja, stimmt. Haben wir nicht so was wie ein Schild, nein. Schade. Also, warte mal, ist Storno im Leben noch am Leben? Ihr habt auch keinen Schlüssel mehr, ne? Nee, leider nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch was finden können, weil da drin waren jetzt zwei verschlossene Türen. Ja, da brauchen sie gar nicht lang, weil das ist... Ja, aber auf der anderen Seite ist da wirklich nichts drin. Ja, aber da ist auch nichts mehr. Da bringt nichts. Ja, dann habe ich den Schlüssel, sorry, dann habe ich den Schlüssel leider falsch, einfach verballert. Ach, das ist sie doch gar nicht. Schade, dass wir denen jetzt nicht sagen können, dass sie zurückkommen. Ich meine, du kannst versuchen, sie zu holen. Oh, oh, da ist was Rotes. Ja, aber irgendwas Dunkelrotes. Was ist das? Ist jemand gestorben? Ist der Hemi gestorben? Ach, der ist ein Teleporter. Ah, okay. Er ist zum Eingang teleportiert. Ist das ein Steffen? Der läuft auch noch rum. Ja. Jetzt ist er auch gleich sein Teleporter. Jetzt ist er auch wieder da. Ja, ich sag ja, ohne... Okay, da hast du ein Loot-Teil. Das ist aber null. Können wir das nicht aufmachen? Warte, ich habe den Computer, glaube ich, echt scheiße gestellt, ne? Da kommen die Baboon-Hawks. Vorsicht, Jesse. Jesse, Vorsicht. Ja, ja, ich sehe was. Wenn der hier reinkommt, müssen wir zu machen. Ach, der ist bei dem Lootraum, wo kein Loot ist. Oh, jetzt kommen die Monster da, jetzt kommen die Monster da. Auch, wenn man nicht weiß, ob man jemals wieder da wegkommt. Hä? Nicht jetzt? Nee, äh, Stone. Hat sich wieder auf so einen Transporter da gestimmt. Und er hatte... Oh, gefährlich! Alter, ich bin überraschend. Was genau? Es ist überhaupt gar nichts gefährlich hier. Die sind schneller hier drin. Ey, aber der Roboter, warum ist das die ganze Zeit inaktiv? Müsste der nicht die Baboon-Hawks wegfetzen? Gleich. Ich frage mich, wann der Roboter irgendwie wach wird. Stone lebt noch. Ja, Hemi kam doch, war schon draußen, ne? Nein! Ey, wieso ist denn eben der Roboter schon voll früh aktiv gewesen und jetzt steht er da? Weil wir ihn beobachten. Ja, wahrscheinlich. Der weiß das. Wie ich euch labern höre, ne? Die ganze Zeit. Ja, ich hab Stone auch die ganze Zeit gehört. Jetzt war schon leicht irritiert. Bitte. Stone kommt auch. Hau ab, bitte. Hemi läuft auch oder irrt auch irgendwo rum. Ja, der Roboter macht mal gar nichts. Und wenn er aufwacht, mache ich den hier. Hey! Da kommt noch ein Hund. Oh, ein Giant. Oh, ein Giant, ja. Oh, der hat auch jemanden entdeckt. Stone neuerndum. Ja, jetzt Stone. Love Stone! Stone schneller! Oh nein. Oh mein Gott. Das ist doch ordentlich Vorsprung, ne? Das ist doch nicht zu verstecken. Oh, hier ist Hemi. Stone versteckt sich noch, Stone versteckt sich. Hä, wo kommst du denn her? Der ist hier um die Ecke gespielt. Ja. Er hat ihn wieder hinter. Der ganze Zeit auf dem Schiff. Ja, Stone versteckt sich. Der Giant ist aber schnell unterwegs. Der muss wieder die Fährte aufgenommen haben, oder? Ich weiß es nicht. Er versteckt sich hinter dem Häuschen. Er versteckt sich. Boah, Alter. 1, 2, 3, 4, Baboonhorns, Alter. Nee, Stone ist doch tot jetzt. Oh, Stone ist jetzt tot. Ab geht's. Darauf habe ich nur gewartet. Let's go. Danke, Stone, für dein Opfer. Ihr Ehren ist zweitig. Ist das voll viel Luggeräusch. Ja, die sind sowieso ganz knapp daran vorbeigeschnitten, dass sich einfach ohne die Beine losgeflogen werden. Wie in die guten alten Zeiten. Aber da war echt wenig Loot zu finden, ne? Ja, das war wenig Möglichkeiten zu laufen, weil wir hätten Schlüssel gebraucht. Ja, ich hab den Schlüssel verballert. Ich hab den Schlüssel verballert. Einer muss es machen, ne? Oh, jetzt ist aber Eclipse. Jetzt fahren wir doch woanders hin, oder? Ja. Ja. So ist das, äh... Nach Ess und dann sterben wir da alle. Ist auch okay. Ja, genau das ist der Plan. Ich hab Ess sofort eingegeben. So war er jetzt Kacke, oder was? Oh, er ist Stormy. Achso. Ah. Nein! Steffen! Steffen! Ich bin... Ja! Oh mein Gott, aber einer sollte hinterher wirklich safe bleiben, ne? Sonst haben wir... Oh! Ist er tot? Ist er tot? Er könnte schon tot sein, oder? Warte. Ich guck mal. Nee, er läuft noch. Ich laufe zum Mail. Und dann bin die alle einmal rein und dann der erste Safe drin, oder was? Ja. Und überleg, was hältst du? Nee! 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 Ja, du bist nach rechts gegangen, ich hab's schon gesehen. Okay, okay, aber sonst nichts, was? Sonst nichts. Ich tu den Loot aber hier drinnen vor die Tür, ne? Oh nein, ich bin auf der falschen Seite. Oh, das war's, nein! Oh, da ist noch ein Engine! Okay, da ist ja schon mal was hier an Loot. Hier ist der Haupteingang, ne? Ja, der Dings ist auch total nah wieder, ne? Ja, ich glaube es ist näher vom Fire zum Schiff als vom Schiff zum Haupt, ne? Ja. Hier ist alles leer jetzt. Hier ist alles Sackgasse. Ja, ich bring schon mal rin, obwohl es gibt nur ein kleines Teil, das ist ein bisschen wenig, ne? Das stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hab'n... Ja, ich hab'n... Ey, hier ist doch auch wieder alles Sackgasse, oder nicht? Nee, geht hier weiter. Ja, ich will doch nicht. Ach, ihr seid gejumpt, oder was? Nee, er ist ja an der Mine vorbei. Hier ist noch ein Energy-Drink. Ich glaub', wir müssen springen, oder? Da drüben ist Bier! Bier? Ja, das... Boah, Alter, das ist mein Bier. Oh shit, oh shit, hä? Oh shit, oh shit, spinne, 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 spinne. Okay. Tschüssi! 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 Na, ihr macht die Tür auf! Sie hat dich nicht gesehen, ne? Nee, ich komm aber mal wieder auf eurem. Und hier auch nix? Ja, hier ist doch nichts mehr. Nee, da ist aber nichts mehr, aber hier ist der ganze Loot. Nee, nicht da, wo du jetzt bist. Yeah! Hier lang! Yeah! 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 So, let's go! Leider hast du viele große Teile. Oh! Da ist noch ein kleines, da und da. Ja, aber würdest du wirklich die ganzen kleinen Sachen mitnehmen? Sonst musst du zu oft... Wie viele kleine Sachen hast du jetzt mit? Zwei und ein großes, ne? Geht schon. Ja, okay. Ich hab auch ein und ein großes. Auf, fang! Geht, geht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn da los hier? Lightning Flat? Hier explodiert einfach alles. Oh Gott! Steffen, lass fallen! Steffen, lass uns aber von der Hand! Oh mein Gott! Alter! Ich hab jetzt mein zweiter Vorname! Ich zieh vorbei! Go Shorty! Ah, ich glaub die, äh... Flaschen... Die Flanschen... Ach, die Flanschen... Die Flanschen brunzeln nie! So... Ab geht's! T-t-t-t-t-t-t-t... Amy... Stone ist tot! Jetzt warte ich kurz, bis die da sind, ne? Wann seid ihr da? Jetzt! Okay, bleib du safe! Ich glaub, Stone ist irgendwo gestorben! Ja! Der ist durch Fire gegangen, ne? Oh! Okay... Okay, dann geh mal los jetzt! Irgendwo muss der da liegen! Anticall... Wo ist das da? Wo bist du? Okay... Also neben ihm lag Loot oder so, aber ich weiß nicht, wo der ist... Datachip! So... Smelt's hier! Also ich weiß nicht, wo Stone gestorben ist... Er ist ein Fire-Exit raus, das heißt, irgendwo muss doch sein Buddy liegen! Er ist ein Fan! Ey, wo ist das doch gestorben?! neben ihm liegt Lut. Ja, irgendwo auf dem Weg, Manfred. Ja, ich habe alles abgesucht. Nee, weil der liegt mitten auf dem Weg. Ja. Der muss doch da irgendwo... Ist der Fire Exit raus, ne? Ja, denke schon. Also... Ist der Fire Exit raus? Ja, meine ich doch schon, oder? Der ist doch mit Pommes aus. Ach so. Ja, guck, da wo die sind, ist gar nichts. Aber das sieht auch so aus, als wenn das in irgendeiner Schlucht liegt oder so. Guck mal. Oh. Verengt und so. Ich weiß es nicht. Ja. Ist das nicht der Weg in vorne Richtung Haupteingang? Ist das nicht die kleine Schlucht? Ach, ich weiß es nicht. Geh nochmal Richtung Haupteingang und guck da nochmal. Jo. Was? Ja, der zeigt ja nur den Mainhengang. Oh, shit. Ey, keine Ahnung, der ist weg. Ja, ich glaube auch, dass der weg ist. Ja. Ja, weißt du, vielleicht ist der auch durch den Blitz, durch die Luft geschleudert und dann ruht dich neben ihm. Keine Ahnung, vielleicht liegt der irgendwo. Also, ist er, als ich rausgegangen bin, auch rausgegangen? Ähm, da weiß ich nicht. Der war doch bei dir, oder nicht? Ja, weil ich dachte auch, er wäre hinter mir, aber ich habe ihn auch noch gerufen und nicht gehört. Ich weiß nicht, wo er explodiert ist dann. Ey, du hattest nur einen Job, Pommes. Nur einen Job. Der wurde bestimmt mega weggeschleudert, oder? Geschleudert, ja, weggeschleudert, ja. Das denke ich auch. Der wurde irgendwo hingeschleudert. Die dürfen hier nicht rein. Fuck you! Haha, jetzt steht sie draußen. Achso. Hier ist doch gar nichts los jetzt. Wo ist er denn? Der ist doch hier, der ist doch gekommen. Tschau! Tschüssi! Was macht der Himi? Psst! Ich habe geklappt. Er wurde getötet. Aaaaaaah! Ja, der, äh, Dings ist auch total nah. Sehr gut. Er ist tot. Ja. War jetzt ein Doktor, oder was? War jetzt ein Doktor? Ja. Weiß ich nicht, ob das ein Doktor oder ein Doktor? Ja. Ja, aber da war auch ein Dok. Nun ja, nun ja. Hä? Bei mir hat sich das Don jetzt gerade bewegt. Oh ja, guck mal, du siehst. Ups. Nee, Stone ist tot, aber Emi ist missing. Nee, Emi ist missing. Emi hat auch gelebt. Ich habe es nicht in den Hebel gedrückt. Ich habe es so gerade gefunden. Oh. Also ich habe nicht den Hebel, ich habe nicht den Hebel. Ich auch nicht. Ich weiß, wer es war. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein, ey komm, du warst tot, du musst es gesehen haben. Ja, Schatzi. Genau. Immer. Es ist immer massiv. Nein, Emi, ich weiß nicht. Emi. Ich werde sie am Video sehen. Ja, genau. Genau. Kannst mir vertrauen. Und es gibt so ein paar Personen, die gucken verschämt in irgendwelche Ecken. Stone. Emi, hier, da hinten. So, warte mal. Es tut allein, ich glaube, du bist tot. Ich dachte, das war auch. Ich dachte, das war auch so weit. Wo war er denn? Wo war er denn? Ich sehe, er war genau vor Fire Exit. Ach. So. Ich dachte, da oben also. Ich komme da raus und bin dann direkt zu Kutt. Ach so, Lipslings geworden. So, was machen wir jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt hier Dingsbums dann? All in. Was? Wir sind zu dumm für All in. Wie, All in schaffen das nicht? Super. Und dann können wir auf den anderen teuren Planeten... Ach nee, das schaffen wir noch nicht ganz. Äh. Nee, das schaffen wir noch nicht. Wir haben nur... Was haben wir denn hier? 1100. Nee, dann würde ich nur das verkaufen, was wir müssen. Also, ja. Ja, von mir aus, ja. Und dann beim nächsten Mal hier. Da Dingsbums. Ja, also machen wir gleich noch einmal Adamantze, ne? Das kleine. Ja. 200. Was? 101. Was murmelt ihr denn hier? Ja, ein bisschen für Fläscher. Ja. Und wie viel haben wir da schon? 39. Komm, das Ding will ich nicht haben. Das hasse ich wie die Pest. Warte, das Ding auch noch. Ich hasse das wie die Pest. Nein! Wow, Marcel. Zu iri. Fast hättest du wieder alles versaut. What? Das sag... Wow! Siehst du? What, Alter? Der hat die Klappe zugemacht. Das war voll so ein N, ey. Boah, jetzt ging mir aber der Kackstift los, ey. Das ist dein Gesicht, Marcel. Du brauchst dich doch nicht wundern. Ja, ja. Das richtet ihn auf. Ich weiß, ich weiß. Ja, weil du zu schön für die Welt bist. Genau. Er ist einfach zu neidisch, halt, ne? Eingeschleimt, äh... Ja, ich hätte keine normale Flashlight. Wir nehmen nur fünf Pro Flash. Ja, hol fünf Pro Flash. Los, kommst du. Jo, stopp. Oh, jetzt hab ich's wieder scheiße hingelegt. Schön, danke. Also, ich werd das Rubikaschen jetzt aber auch nochmal verkaufen. So, los, los, los. Blut. Was ist das? Ja, erstmal. Kommt noch mehr. Ja, ich hab Walkie, hab Walkie. Rubikaschen? Die Blut. Die Blut. Blut Rocket. Oh, äh, six things. Haben wir alles? Die Walkie muss man an die Schaufel fassen. Was man machen kann. An die Schaufel? Ja, ja, und dann kannst du so kleine Elektroschucks. Wir machen Crafting hier, ne? Obwohl, ey, wär eigentlich nice, wenn du Sachen kombinieren würdest. Ja, ich weiß, ja, aber ich... Also, hier ist ihr Performer. Oh, danke. Hier ist auch noch ne... Thank you. Warte mal, ich hab nur die Alten, hab ich erwischt, ne? Oh, die können wir ja erstmal im Schrank packen, ne? Ja, ja, könnten wir die Alten und so. So, weg damit. Die ist natürlich angegangen, ist klar. Hä, die haben schon wieder den Bug, dass die alle angehen, wenn man die in den Schrank packt. Guck, die leuchten alle. Nein, die leuchten alle aus. Bei mir sind die alle aus. Für mich leuchten die alle. Ja, dann nimm die mal und guck, wie leer ist es. Anstoß! Warte, jetzt ist Anstoß? Okay, warte, ich muss... Ja, würde ich auch hoffen, wenn man 4-0 getippt hat, ne? Das 4-0, ne? Passt schon. Du hast eine... Ja, ist ja auch so. Ist ja auch 3-0. Wie arrogant kann man denn sein? Stimmt, ich hätte 4-1 sagen sollen, das wäre ein bisschen realistisch. Ne, es geht alles, man kann alles tippen, es ist ein reines Glücksspiel. Ja, also reines Glücksspiel. Also reines Glücksspiel. Ja, und das ist... Ach, ein bisschen können wir es, ein bisschen. Ein bisschen können ist es auch. Ein bisschen viel Taktisches hinfallen muss natürlich auch dabei sein. Das Tipp-Hand, alter, fickt euch, das Tipp-Hand. Das ist Glückssache. Piep, piep. Ich habe es wohl noch rausgekriegt, Pommes. Zu wenig, zu spät. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Ne, gut, okay, dann war es das erstmal mit der ersten Folge hier von Little Company. Und wir leben noch, U-Bup? Ja, wir leben noch. Ein paar sind gestorben, wir haben noch 800 Loot auf dem Schiff. Ein paar wurden zurückgelassen. Ein paar wurden zurückgelassen, weil manche... Von der eigenen Frau. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber... Pommes, Pommes. Ne, auf jeden Fall über Like, Abo und Kommentar würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge würde ich sagen, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020